Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Daily Vlog. Hier haben wir eine Landabtretung, also einen Quadratmeter Land für den neuen Staat, den ich selbstverständlich gerne zur Verfügung stellen. Geht es jetzt los? Jetzt müssen wir es genau ausmessen. Es kann ja nicht so schwierig sein. Ein Meter. Übelstes Unkraut. Ein Quadratmeter. Hier hat es mehr Schnecken. Ich verschenke jetzt gerade einen Quadratmeter Land für den neuen Staat. Wir gründen einen Staat. Ja, alles Film. Du hast es verlassen, meinst du? Nein, nur den Quadratmeter. So, den bringe ich jetzt fast nicht rein. Und gespitzt im Boden rein. Das ist ja brausam. Genau ein Meter im Quadrat. Also, das würde ich jetzt spenden. Da hat es noch ein bisschen Unkraut, aber wir machen es nicht. Jetzt also spenden für den neuen Staat. Dass man da irgendwie anbindet. Dass man auch weiss, wo das Staatsterritorium ist. Ein bisschen anbinden dieses Zeugs. So. Eins hier rundherum. So. Und dann hier um eine Ecke ziehen. Und bis hierher wieder. So. Ah, das ist hier wieder. Das ist jetzt eben ein Quadratmeter Land. Und den verschenke ich jetzt für den neuen Staat. Das Wegrecht und so. Dann müssen wir dann halt diskutieren. Gell? Ja. Wenn ihr jetzt auch so einen Quadratmeter hättet für unseren neuen Staat. Wäre das nur toll. Also das wäre jetzt wirklich. Und wir müssen dann noch ein Interview machen. Dass wir das. Wieso? Ah. Ja. Ich bin jetzt scheinungsminister für extra-terrestrische Besiedelung. Das ist ja. Ich parzeliere den Mars, oder? Hast du auch ein Quadratmeter Land, das du dem neuen Staat zur Verfügung stellen kannst? Wir brauchen unbedingt Land-Monte-Video-Vertrag. Vertreter anderer Staaten, die das akzeptieren. Also ich bin einmal ein Vertreter. Dazu reicht, dass ich anerkenne den neuen Staat. Bürger werden. Willst du Bürger werden vom neuen Staat? Ich bin schon dabei. Also sowieso will ich Bürger werden. Doppelbürgerschaft geht auch. Also das wird ganz, ganz lässig. Wir sind herzlich eingeladen, euer Liegestuhl bei mir auf dem frisch gemähten Stück Land vom neuen Staat aufzustellen. Also das ist für die Sendung Zack Boom mit 2u1m.online Kann man sich eintragen lassen. Da gibt es einen Livestream am Freitag, also am 7 Uhr von der A, am Freitag am Abend. Also das wäre es auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Danke, tschüss sehr. Abonnieren nicht vergessen, gell. Wir sind immer. Es geht weiter, ne?